Hallo liebe Leute, Grüße zum Witzes Tages von Lübke Winter. Heute ist der 6 auf Schwimmigwitz. Moment, das ist immer weit. Der ist ein bisschen lang, deswegen kann ich ihn nur einmal erzählen. Und der 6 auf Schwimmigwitz, und zwar ist der von Herrn Metzger. Und grüße ich Ihnen von Ihrem Bilder, Renti und den Fiskus. Ihr könnt ihn auch über chicken, da könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Der 6 auf Schwimmigwitz. Ein Paar geht im Schwabenland zum Therapeuten. Und der Therapeut dann, was kann ich für Sie tun? Und dann das Paar fragt, können wir von Ihnen Sex machen? Der Therapeut erstaunt, erlaubt es aber. Und dann machen die beiden Sex. Und dann sagt der Therapeut, ich kann nichts Besonderes feststellen, alles normal. Und verdanken 80 Euro und die beiden gehen. Und die Nächsten kommen alle zweimal die Woche, machen Sex und zahlen 80 Euro und gehen. Und dann fragt der Therapeut, wieso kommen Sie denn immer zu mir zum Sex machen? Das ist alles ganz normal bei euch. Und der Mann sagt dann, sie ist verheiratet, ich bin verheiratet, zu ihr kümmern nicht, zu mir kümmern nicht. Und im Hilton kostet 160 Euro und im Charleston 360 Euro. Und so billig wie hier, kriegen wir kein Zimmer. Und wir können eine Krankenkasse einreichen, wir kriegen noch 67 Euro von den 80 Euro, 67 Euro, 30 Euro wieder von der Krankenkasse. Das war der Witz, ist jetzt ein bisschen lang. Okay, ciao, kann man bitte abonnieren. Okay.